hmmm hmmm crewmate hmmm versucht keiner? na gut oh nur wieder zwei ok ernowin hat ausgemacht ganz kurz einmal frage an schule welchen schlüsse hast du gemacht? gar keinen ich hatte gehofft da stellt sich irgendwer zu aber Vails ja warum hast du dich an die schlüsse gestellt welchen hast du gemacht? ich hab den rechten von 2 oben die sind immer unterschiedlich weißt du nein aber du weißt schon es können nur die impostor das nicht machen wenn einer schlüsse hat haben entweder alle oder keiner richtig und wir haben nicht und keiner hat schlüsse gemacht ja aber wir haben grad einen entlarvt ja wie oben vail türkis schlüsse zu faken ist nämlich richtig scheiße türkis das ist türkis 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 ja pink und die ich hab für mich selber weil ich überfordert war das war einfach eh ok ok gut äh alter so sind hier alle Türen zu so haben wir so haben wir haben wir haben wir ein Specimen natürlich haben wir ein Specimen ich geh rein keiner ich hoffe hier kommt keiner hier findet mich nämlich nie im Leben einer wenn ich verrecke oh ah jasmin ach nö nicht jetzt lass das oh fuck purple lila ist tot fuck hm 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 ich hab grad ne leiche gefunden du warst zu schnell warte wen hast du gefunden wer lag ich hab grad lila gefunden ganz kurz und zwar in in äh ich muss die map größer machen meinst du über electrical vielleicht äh ich überleg grad woher war's das ich bin grad ich bin grad Reactor gegangen und da hab ich durch das Fenster den Buddy gesehen wer stand oben rechts und der einen am links mit mir am Schalter wer war das also an dem Event gerade irgendwer stand hinter mir die ganze Zeit ne da war ich noch nicht wo meinst du wo meinst du ja oben wo man muss ja oben rechts am Schalter es war ja eben das Event an was uns killt oben rechts am Schalter wer war denn da hinter mir oben rechts ja ich war rechts mittig aber ganz kurze Frage Jasmin ja ähm du hast doch die Kabel an dieser Rakete gemacht oder äh ich hab da irgendwelche Knöpfe gedrückt ja also nicht nicht genau an der Rakete das waren so so rote Dinger die musste ich irgendwie eher ausmachen ja ok 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 ne es war auch grad es war auch grad so eher ich hab Jasmin nur hingehen sehen und sich direkt wieder weggegangen so bei diesen roten Punkten ne Jasmin war auch gerade in Specimen und hat Simon Says gemacht ja ja aber ne als der Alarm losgegangen ist nur bei der Rakete sie ist kurz hingegangen wieder weggegangen deswegen ich dachte so schnell kannst du die roten Punkte noch nicht machen ich hab gedacht die Rakete ich hab gedacht die Rakete geht jetzt noch um oder so das wollte ich mir angucken nein und dann als ich rüber gegangen bin hab ich nicht gesehen dass diese Schleuse aufging und deswegen dachte ich dass sie weggewendet ist also gab es das ne ne ich hab nur doch 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 ich hab doch den einen bei dir über Electrical gesehen ja aber warte mal wer hat gesagt dass Jasmin unten rechts war in Specimen ich ja dann sind äh Schulle und Jasmin dann safe oder nicht ich bin grad mit Simon Says fertig geworden dann kam Jasmin an und dann ging der Alarm auch direkt los und dann bin ich nach links ja ich hab trotz Alarm Simon Says durchgezogen ich hab trotz Alarm Simon Says durchgezogen über keine Ahnung also da wollte ich hinter aber da war ich noch lange nicht ich bin glaube ich gerade erst aus Admin raus gewesen ja der Typ der hinter mir gestanden hätte gesagt das ist es hätten wir gewusst wer der böse ist aber gut weil sie auch sie ja hat Wels verraten dadurch bleibt ja na ok bis gleich ok ok ach komm wo will Jasmin hin wieso geht Jasmin nicht zu dem Ding hin ok Gigi ist rechts Gigi rechts Halloween hier Jasmin ist gar nicht hingegangen und T und T auch nicht Jasmin und T Jasmin und T Jasmin und T hm ok Jasmin und T waren zumindest nicht beim Alarm Jasmin ist hier einfach nach rechts gegangen warum auch immer hm num no 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 mean um okay Hm. Okay. Also Yasmin finde ich zumindest verdächtig. Aber schauen wir mal. Alter, diese scheiß Türen. Na, komm schon, Kabel. Ah. Okay, da sind zwei rechts. Tü geht einfach nicht hin. Tü, Tü. Gigi rechts. Okay, wer war links? Tü, Halloween. Mhm. Wo ist Yasmin? Alter, ich habe noch voll viele Tasks. Ey, ich komme jetzt so nix. What? 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 Okay, meine Damen und Herren. Wir haben einen toten Tü. Er liegt. Ich habe nicht gesagt, dass ihr mich als erstes umbringen sollt. Hm. Und das Ding ist, Tü liegt oben rechts vor dem, na hier, Seismic-Dingens da, bevor es da hoch geht. Also an der Tür, wo es rechts zu Medbay etc. zu Labor reingeht, genau. Ja. Also draußen aber noch. Ne, ich glaube daneben ist auch ein Wind. Aber noch nicht lange. Ja, er lag aber noch nicht lange. Ne, also lange auf jeden Fall noch nicht. Weil ich war gerade bei White Hills und habe gesehen, dass er noch lebte. Und da bin ich runter zu atmen und habe nur gesehen, dass einer Stowage war. Hm. Ja, Stowage ist draußen, der Benzin kann es ja stehen. Ja, wer war da? Einer war nicht Stowage. Aber ich. Jemand ist noch mit reingegangen. Einer war noch Electric. Wer war Electric? Äh, da war ich, glaube ich, noch mit. Okay, und dann war noch einer. Wo war das? Ich schrieb, glaubst du, bevor Electric da, diese Tür. Hm. Okay, ja, nee, mehr habe ich nicht gesehen gehabt. Hm. Hm. Also verdächtig waren für mich eigentlich Jasmin und Tee, weil die beide, ich glaube nicht einmal, weil ihr nicht einmal zu den Seismic-Dingern gegangen seid. Gut, Tee ist jetzt tot. Bleibst du quasi noch. Theoretisch könnte es auch Gigi sein, weil die den Rechten gemacht hat vorhin, den Seismic-Dingern. Aber ich war die ganze Zeit gerade links. Ich war jetzt gerade gar nicht in der letzten Runde, weil ich nicht einmal rechts, ich bin jetzt, habe jetzt gerade meine ganzen Tasks bei links gemacht, ich habe zum Beispiel gedownloadet und geuploadet oder andersrum, I don't know. Ich habe, was habe ich denn noch gemacht? Aber wer war denn mit mir gerade bei den Bazzinkernistern drin? Einer ist mit mir in den Raum reingegangen und hat die Chancen regelt. Ja, genau. Ich bin rein, habe geguckt, liegt eine Leiche, nö, bin wieder raus und bin dann nach rechts gegangen Richtung Labor und da habe ich Tee gefunden. Wie gesagt, ich bin rein, habe meinen Benzinkernister gefüllt und bin dann gerade zu Tee raus. Also ich glaube, dass Gigi es nicht gewesen ist, weil ich glaube, das wäre viel zu lange Zeit drum gewesen, dass sie in R skittelt und dann wäre sie rein. Genau, also für mich waren verdächtig Jasmin und Tee, jetzt ehrlich gesagt Jasmin und Gigi, wobei Gigi zweimal das rechte Ding ausgemacht hat. Ja, und Gigi stand halt eben auch rechts. Das war von der Zeit nicht, dass Gigi war, also Jasmin oder Halloween. Aber Halloween hat auch jedes Mal links ausgemacht. Ja, Halloween war auch eben links. Ja, er hat immer auch links ausgemacht, ich weiß nicht. Ja, ich bin jedes Mal rein. Halloween sind uns auch entgegengekommen, links. Aber läuft. Nee, 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 Fräulein. Nee, 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 geh weg. Okay. Ich war rechts, wer war links? Jasmin, Halloween, Sonsia, okay. Wo ist Gigi? Hm. So, Alter, wieso sind nicht alle Türen zu? Ist ja voll ätzend. Hm. Nein! Ah, die Sau! Die Sau! Ich habe... Ich hab's auf Camps gesehen. Wie kann das denn sein? Ich bin beim linken Reaktor, ich war gar nicht mal bei Laboratoried. Das kann gar nicht sein, das war drin. Ich hab's gesehen. Das kann gar nicht sein. Auf Camps hast du ihn umgebracht. Das ist zwar gelogen, aber ist doch für den richtigen gelogen. Ich war die ganze Zeit Camps, ich hab's gesehen. Schulle ist nämlich einmal nach links gelaufen und ihr seid euch entgegengekommen, seid dann vorbei. Und dann ist Schulle noch mal umgedreht und als er dir wieder hinterher gelaufen ist, hast du ihn umgebracht. Okay, das ist schon eine bessere Alptierung. Ich kam von Storage. Ja, ja. Du weißt, komm, Leute. Das hilft ja nix. Ja. Ja, am Eingang vom Labor. Wen habt ihr jetzt gewählt? Also ist das richtig, dass du von Storage kamst. Und da kam dir Schule entgegen. Du weißt doch, das Storage da in der Mitte ist, dieses kleine Ding. Ja, genau. Und Labor ist das rechts daneben. Ah. Und in der Northwest-Kamera habe ich gesehen, wie du ihn umgebracht hast. Ich bin direkt vom Storage. Okay, das stimmt nicht ganz, aber... Wie habt ihr gewartet? Komm, ich sehe jetzt irgendwen. Halloween. Wie habt ihr gewartet? Woten, weißte ich gar nicht. Nun komm. Kannst du nicht machen. Valles, warum so früh? Ich wollte nämlich erst... Fakt, grönt, ich will mich rausfoten. Ich wollte erst in Labor gucken gehen. Ich dachte, Schule hat dich umgebracht. Aber ich habe die Camper nicht gesehen. Weil ich habe nur Schule und halt weiß gesehen. Und dann habe ich nur plötzlich Blutspritze gesehen. Und bin dann direkt zum Labor gerannt und wollte gucken, wer es ist. Und dann als ich reported wurde und ich gesehen habe, Schule ist tot, habe ich nicht voll gewusst. Alter. Ja. Voll. Okay, wird nochmal eine langweilige Imposter-Runde. Naja, komm, dann machen wir es auch. Äh, langweilige Imposter-Runde. Genau. Korki. Ihr Schweine. Nicht als erstes. Nein! Ihr Nutten. Blau. 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 Blau hat selbst-reported. Blau hat selbst-reported. Nein, das ist mein Licht. Was weißt du? Blau hat meine Augen in Schule getötet. Nein. Ich habe das Licht gefixt. Ja, du ist klar. Ich, ich hab das. Ich hab das. Nein, ich, ich, ich hab das Licht gefixt. Aber ganz kurz. Blau war auch einer der Einzigen, der keine Schlüsse gemacht hat am Anfang, ne? Ich hab alle Schlüsse gemacht. Ja, du hast keinen Schlüsse gemacht. Einer hat ihn direkt runtergelaufen. Korki hat irgendwas links gemacht. War vorgetäuscht. Nur weil ihr alle zu langsam seid. Nur weil ihr zu langsam seid, um das zu sehen, kann ich nichts dafür. Ja, der ist Mörder. Nee, bitte nur. Für wehs. Für wehs. Ihr habt mir vorhin nicht geglaubt. Glaubt mir jetzt. Nein, hört mal. Komm schon. Es gibt hier die New Life. Wenn du einen Konflikt mit Schulle hast, kannst du ihn nicht immer random killen. Ja, aber ich hab ihn nicht getötet. Sonst würde ich sagen, ich hab ihn getötet. Schulle ist tot. Schulle ist auch tot. Ja, aber ich hab ihn nicht getötet. Das ist nicht mein Ding. Es war Vale. Es war verdammt nochmal Vale. Nehmt ihn raus. Richtig. Ja, Pinky ist immer unschuldig. Hey, okay. Votet mich raus. Votet mich raus. Aber macht mir den Gefall und Votet Vale danach raus. Boah, jetzt kommt er mit dem Akzent. Okay, Deal. Das klingt so schuldig. Holt beide. Holt beide raus. Wenn ihr mich in den Unschuldigen rausholt, dann haut auch Vale raus. Ja, einer von euch beiden wird jetzt rausgekickt. Ja, vermutlich ich, aber dann haut ihn auch noch raus. Nee. Weil ich bin zu 100% oder nur schuldig. Ich auch. Wir haben gesehen, wie du ihn gekillt hast. Du hast seine Kacke, so ne Kacke. Ja, halt klar, hast du mich getötet. Du hast ihn ja getötet. Du hast ihn getötet. Nein. Ich hab auch gesehen, wie du ihn gekillt hast. Ja, ich hab gesehen, wie du ihn gekillt hast, Mann. Deiru, denk lieber darüber nach, dass dich einer deiner Teammates mit rausgevotet hat. Ja, klar hat einer Minus- Ja, einer alle, außer ich. Und jetzt haut Vale raus, ey. Sonst drehe ich durch hier. Oh. 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 So ne Kacke. Oh. Nee, Gigi, bleib doch da und guck wer... Ah. Oh, tu. Was haben wir denn da noch? Ach genau, das Gedöns. Was ist? Sehr schön. Ein Ôphiess. echt mal verdammt also leute ganz kurz ja also gg hat gerade vor stowage diese mit diesem lichtstrahl da durchs labyrinth gemacht dann kam wels dazu hat sich neben sie gestellt die ganze hinterher getippelt dann bin ich in storage reing die tür wurde zugemacht und als ich da rauskam war wels weg und gg tot also wenn es nicht welt ist ja es ist die haut ihn raus entweder das ist ja oh mein gott weil er aus ich glaube ich hätte auch für welt gewartet weil er ist die ganze zeit hinterhergelaufen so 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 so